recht herzlich willkommen zur 209 folge von towns wo hier ist ein geist okay dann lassen wir aber nicht gerade weiterspielen gemacht ja jetzt okay aber dann wohl doch angehalten ja dann müssen wir mal schauen wir wollten ja ganz nach unten hier ist natürlich jetzt nix los na ein geist muss man mal gucken die türen sind aber alle offen eigentlich können ja auch überall hin da ist natürlich abgeschlossen ich will das eine rolle ich glaube nicht nur und loktor machen dann können ja auch durchgehen wenn sie dann wollen aber die tür hatte jetzt keinen sinn in meinen augen gut wir wollten weiter unten graben jetzt um dann die letzten stufen auszuheben die sind aber wohl schon hier in arbeit oder wie sehe ich das ja dann würde ich jetzt sagen machen wir hier meiner leder wir wollen dann hoffen dass da einer vorbeikommt und das macht man auch ein händler da ok da kriegt noch 92 stein alles klar müssen wir gucken wann hier einer kommt und ob das überhaupt noch was wird oder sind wir hier schon das ist eine gute frage na klar wir sind jetzt hier schon so dass wir da keine leiter mehr runter machen müssten oder sieht es nur so komisch aus oder weiß ich jetzt auch nicht nee da ist ja noch eine etage drunter dann macht das noch mal weg so und dass nur die leiter da machen da geht es hoch und dann geht es dann hoch keiner weiß da kann sein das spiel in der pause ist hier nicht mehr da ist gerade jemand runter gegangen aber das war ein held sind da aber noch zwei hin und hier hat noch keiner was gemacht jetzt gerade nacht oder so okay das spiel läuft noch hier haben wir ganz viele deko gegenstände so wie ich gerade sehe die wir da haben okay ja dann gucken wir mal die oberste etage wie weit das hier so ist der ist um regal eingeschlafen nirgendwo anders ja dann würde ich sagen machen wir hier noch was ach guck mal das loch haben sie zugemacht so jetzt müssen wir hier noch einsetzen und da können wir mal so machen sollte ja auch funktionieren schauen wir mal dass wir das hinkriegen und da kommen wir so zuwander das muss von unten gehen da ne das ist auch okay da machen wir auch drei hin und hier sieht so aus als ob wir das auch so hinkriegen da ist ein haufen zu tun dann guckt der eine schon da kommen wir den nächsten machen dann kriegen wir das fertig ist die frage ok da doch einer schon wieder gebaut super ok denn da ja was ist das da für ein loch hier fehlt ein stein kann da sein ach so da fehlen keine steine für ein fenster wahrscheinlich ganz schnell das löschen und da bauen wir noch mal ein paar fenster rein wenn wir das schon gemacht haben mal irgendwann ich glaube hier war ein fenster na genau ok da und da geht auch noch einer und da auch noch gut dann gibt es noch ein paar fenster was hier natürlich auch noch mal machen könnten dann wäre dann in dieser reihe würde natürlich jetzt sinn machen aber jetzt hier die steine einfach andock zu machen dann können wir auch da weg nehmen überall anlock man könnte die steine da rausnehmen und die bringen die da auch dahin wo wir sinn haben wollen nämlich nach oben wahrscheinlich macht das aber gar keiner die fenster eingebaut werden ist die nächste frage weder das eine noch das andere passiert doch fenster ist da eins dran ok dann ist das schon mal cool erstes fenster ist eingebaut ja die da die gx nimmt jetzt auch keiner weil wir danach nicht noch neu gebaut haben das ist das entscheidende ja gut das heißt hierhin dorthin und ja wo müssen wir hin dass wir da bauen können da zum beispiel machen wir das das passt dann schon und das auch mal gucken ob das klappt da ist noch ein fenster gekommen schon hier ist schon einer rausgenommen worden ok und da auch ok sie nehmen alle jetzt welche raus wo wir neu angefordert haben da oben klappt das schon ok da geht er sogar mit dem bauen ruht den schafft man nicht wetten doch der ging auch cool ok da wird auch gebaut das funktioniert also auch noch ja haben wir wand ausgewählt ja haben wir dann da bitte einen stein setzen und so machen da sind auch schon zwei gesetzt das ist alles soweit gut das machen wir auch nochmal das hat auch geklappt im endeffekt so ja da müssten wir so eigentlich machen so und dann da ein schwein läuft dann gehen wir mal wieder auf fenster gucken dass wir diese nochmal einbauen so haben wir auch gut läuft dann gehen wir mal runter und gucken mal gerade was unten passiert ist oder ob da überhaupt was passiert ist ne hier ist nichts passiert ich glaube die können da unten nicht buddeln vielleicht sind wir schon auf der untersten etage kann das sein mein gut gucken was da passiert keine ahnung vielleicht geht es ja auch nicht ja weiß ich nicht ist hier alles entdeckt und so könnte sein muss man schauen ja weiß ich ob da einer kommt und das macht oder ob wir da unten gar nicht hinkommen könnte auch noch sein hier müssen noch zwei leute beerdigt werden wenn wir keine friedlich stellen mehr frei wollen das wird wohl ein problem sein hier sind ein paar steine gucken wir wie es auf der anderen seite aussieht bauen wir hier noch was ab machen wir das mal ne ja dann wird das da weg gemacht dann geht das schon woanders war schon mal ja hier haben wir schon mal sowas auch angesagt ja gut gehen wir noch eine etage tiefer wie sieht das hier aus auch nicht gerade gut in mir ist bestimmt noch was hinterher muss man mal gucken hier zum beispiel könnte auch sein hier wäre interessant zu wissen so machen wir es so der bewegte sich gerade naja wird werden also und ist noch nichts passiert sieht es mit ihm aus er wollen wir noch zwei steine also erledigt sehr schön ja guck mal wieder nach oben guck mal am besten nach ganz oben und hier ist fast schon alles fertig noch ein paar steinchen machen die meisten davon sind ja sogar da schon ne ok ist auch erledigt so das ist fertig auch mal so was so da auch ne passt schon auch so geht ok ok geht so nicht noch mal aus hier müssen noch ein paar dinge hin naja weiß ich auch nicht wo jetzt da zuerst anpacken soll das hat gut geklappt schon mal machen wir so das ist auch fertig jetzt haben wir hier einen falsch gesetzt ne der ist auf der Erde und da gibt es zum Beispiel die ganze gleich destroyen all das bedingt ausgeschieden da ist noch einer und hier sind die nächsten da wird nichts mehr ok soweit so gut da haben wir schon mach das nochmal so den auch nochmal dann können sie so machen so die beiden gehen alle nicht das ist schade ja dann kannst du das so machen ne klick nochmal an so passt es dann ne machen wir die noch der kann weg wenn wir schon dabei sind können wir gleich ein paar neue aufbauen so das war schon ganz gut so hier fehlt es aber schade ist denn jetzt aus machen wir das nochmal so gucken wie weit wir da kommen dann ja nochmal im Keller gucken ob da der Durchbruch geschafft ist sieht aber nicht so aus ich glaube das hat sich überbrechen mit dem Durchbruch ich gehe fast davon aus dass das nicht dort unten funktioniert hier ist das Loch und da geht es nicht tiefer hm schade ok dann würde ich aber sagen soll es für die Folge reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020